Und wer eine ausgefallene Sportart hat und seine Sportart als Figur nicht findet, einfach Foto machen beim Sport, Maßstab wählen, Foto hochladen, Figur bestellen, auf die Post warten und schon hat man sich als Skater, Tennisspieler, Tischtennisspieler, Bogenschütze, Reiter, Spaziergänger, Banksitzer, kann auch ein Gast sein, der bei uns auf der Eisenbahn. Das sieht ein bisschen fast aus wie Tenni Kürke, meinst du? Den stimm da am Bahnhof einfach hin, der ist gerade von irgendwoher gekommen. Sport nur in 1 zu 87, nicht in Reality. Er ist auch super, ich finde seine Körperhaltung klasse. Die musst du auch mal zeigen, das ist auch so ein echt schicke Stärchen. Oder die gucken sich gerade ein Rennen an. Die stehen am See und genießen die Stille. Warum liegt der hier still? Und gucken den Enten beim Schnattern zu. Sie lehnt so an der Mauer irgendwie und er steht da so und guckt sich das so an. Das wird die Story werden. Das ist ganz klar, wenn alleine die Kleidung halt die Figur schon ausmacht, das ist das Allerbeste. Das ist doch meine Schürze hier, zieh dir mal rein. Das ist auf jeden Fall ein Wiedererkennungswert. So wie diese hier, guck mal. Die kommen hier in die Boulder-Ecke. Die Punkthose. Die geile schwarz-weiß gepunktete Hose. Das ist einfach genial. Und guck mal, die beiden hier, die kommen in die Boulder-Ecke. Das sind unsere beiden ersten, die an der Boulder-Wand hängen. Ja, die Boulder-Wand. Ja, die Boulder-Wand, die muss ran. Geht bald weiter. Da bin ja ich. Na ja, das ist die im Auto. Einmal in 1,64. Ja, und da macht man einfach hier so Knips die Beine ab. Der Po bleibt dran, ne? Das ist man ja drauf. Ja, man kann es auch so machen, ne? Schon in der richtigen Pose. Ja, aber man kann auch im Auto, in den meisten Autos saß ja nicht mal Platz für die Beine. Guck mal, haben wir doch hier auch gemacht. Guck mal hier. Ja. Hier haben wir doch den halben Dirk, wo die Beine schon fehlen. Den kann man hier so schön reinsetzen. Dann haben wir die Top-Pose. Ja, einfach abknipsen und fertig, ne? Ja. Das können nur ein Geschwister sein hier. Das ist auch ein schickes Pärchen hier, ne? Finde ich auch gut. Man muss sich ja mal reinziehen, wie klein sowas wirklich ist, ne? Ja. Das ist really small. Aber hier nochmal, um auf das Thema Kleidung zu kommen. Hier wieder das Beispiel mit der markanten Kleidung. Wenn ich jetzt so eine, ups, wenn ich jetzt zu Hause so eine Schürze habe, mit so einem braunen Teil da noch drauf, dann weiß ich sofort, wenn ich die Figur sehe, dann bin ich. Das bin ich. Und auch von hinten. Wie schön die so überkreuz gehen, ne? Maßstab auswählen, Foto hochladen. Und Figur bekommen per Post. Und dann Spaß haben an der ganzen Gang hier. Das ist schon mal das Personal dazu. Ja, das finde ich ja. Und wer eine ausgefallene Sportart hat und seine Sportart als Figur nicht findet, einfach Foto machen beim Sport, Maßstab wählen, Foto hochladen, Figur bestellen, auf die Post warten. Und schon hat man sich als Skater, Tennisspieler, Tischtennisspieler, Bogenschütze, Reiter, Spaziergänger, Banksitzer. Eigentlich müssen wir mal ein Rennen gegeneinander fahren, Dirk. Du im Auto und ich auf dem Motorrad. Also, wichtig. Markante Kleidung anziehen. Coole Fotos machen. Hochladen. Maßstab auswählen. Figur bestellen. Und dann kommt die Post. Genau so.